Was ist das so sein? Es geht jetzt wieder ab. What the fuck? Jetzt bist du geliefert! Gehört, du magst dir einen Exo einzug. Dann probieren doch mal aus. Los! Sehr dämlich, oder? Ja, du Schwarz, wenn du da oben reinspringst... Ja, du Schwarz, wenn du da oben reinspringst... So dumm bin nicht mal ich, ey. Jetzt gibt's sie mir! Alter, was? Haben die Rüstung an? Fuck! Wieso, Angie? Wieso jetzt? Jetzt bin ich echt angefressen! Auf jeder Seite ein... Sind wir schon im End-Boss-Fight? What the shit is going on on this motherfucking screen right now, man? Au! Au! Dankeschön, du Arschloch! Ah! Sag hallo zu meinen neuen Spielzeugen! Oh, 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 das wird witzig! Ah! Mir schwäten die Hände! Was ist hier los? Ah! Schlag zu! Schlag zu! Woah! Das wird witzig! Jetzt sind sie zurück! Wenn man zwei und zwei zusammenzählt, kommen diese Scheiß-Teile raus! Das ist der Fall! Ich war mal der Gute, glaube ich! Ich hasse die Scheiß-Atlas-Corporation! Ich hasse die Scheiß-Atlas-Corporation! Aber sie machen doch... Alter, habt ihr gesehen, wie das Auto irgendwie mich da rübergezogen hat? Scheiße, ich bin infiziert! Scheiße, ich bin infiziert! Oh, los geht's! Genau das hab ich gebraucht! Ich reiß dich in Stücke! Na los, setz deinen Exo-Sprung ein! Wird der Knaller! Ich bin mit den letzten Drecks-Waffen hier, Alter! Hallo, schieß doch mal die Geschütze ab! Was macht dieser Knopf da? Teufel! Es ist ein Schocker! Jetzt gibt es eine Gratis-Runde! Nein! Nein! Alter, ihr seid die krassesten! Geil, Mann! Das ist Teamplay! Ich hol dich! 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 Oh, sorry! Ich muss kurz... Ich hol dich! Ich hol dich! Und deshalb hasse ich diese Scheiß-Computer! Versuch das ruhig nochmal! Ich hol dich! Ich hol dich! Total science fiction! Laser! Laser! Das ist das auch geil! Ich habe ihn auf dem Schiff gefunden... ...und zum Spaß umprogrammiert! Und zum Spaß umprogrammiert! Ich habe ihn auf dem Schiff gefunden! Zum Spaß umprogrammiert! Nein. Verdammt! Angie! Das braucht dich! Ihr Scheiße kriegt mich nicht! Scheiße! Haben wir jetzt zu wenig Schaden gemacht oder was? Nein, Alter! Alter, dieses Auto, irgendwie seht ihr das? Wie das immer runterzieht? Scheiße, ich muss das ausstellen. Was ist zur Hölle? Was ist zur Hölle? Wo kriegt man diese Granaten? Die sind unnormal krass. Ich kenn die ja, aber wo kriegt man die denn? Scheiße, Mann! Atme einfach! Lass deinen Körper den Rest tun! Die Babys habe ich vom Atlas Chef. Hat etwas drangeschraubt. Da mal ähm... What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck! Kann es sein... Weißt du was? Ich schmeiß eine Party drin! Kann es sein, dass er die Dinger vom Atlas Chef fährt? Und ein bisschen dran geschraubt hat? Jaaa, ich hab ihn! War das wirklich der Endboss? Oder wofür habe ich jetzt den Erfolg bekommen? Ich weiß es nicht. Ganz cool. Besiegelt. Ereignigung im Server auf. 10... 9... 8... ... ... ... ... 4... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ne, das war nicht der Endboss, was? Endlich! Puh! Nicht übel, zugegeben! Aber ich bin auch da! Wollt schon sagen, ja. Oh, Junge, ich bin am... ... ... ... ... an den Bänden, das ist nicht normal wie lange der Laser braucht, um einen zu töten die 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 Ja! Alter, Hilfe! Vielleicht sollte ich den Laser aufwerten, ne? Was meinen die Leute? Ich glaube, ich tue das mal eben. Ah, da oben ist ein Anzug übrigens. Die Aufnahme geht echt länger als ich dachte. Ich dachte, ich verreckst du nach 25 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob das richtig war, den Laser hier aufzuwerten, aber irgendwie... ... ... ... ... Also den dicksten Schaden macht das Ding jetzt nicht unbedingt, ne? ... ... Was genau verbessert sich eigentlich bei dem Laser, wenn man den aufwertet? Wird der Schaden ein bisschen höher oder was? ... ... ... ... ... ... ... ... dafür Auf jeden Fall bleibe ich bei Vegeta, der Typ ist auf jeden Fall, oder sie ist auf jeden Fall der beste Spieler von uns allen jetzt gerade. Und ich wahrscheinlich der schlechteste? Oh Alter, guckt euch das an, wie geht das? Richtig krass. Er ist dabei, ja. Er ist dabei, Jungs. Wie geht der mein Schatz, wo bist du? Wo gibt's diese geilen Granaten, ey? Ich brauch die auch, ja. Springdrohnen? Ne, das sind die nicht, oder? Lade nach! Brauche Deckung! Lade nach! 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 Okay, ooooh, Motherfucker. Dann hat sich das mit der Drohne auch erledigt. Oh fuck. Oh fuck. Ich hasse das. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Schnell zu Egeta. Ich weiß es nicht. Ah fuck. Wir machen für noch eine Runde. Vielleicht wollte der den irgendwie aufbewahren, um erstmal zu erkunden oder so. Das kann ich natürlich nicht wissen. Der hat 10.000 am Start. Das wird reichen. Nein, nein. Ey, wer blockiert denn hier? Wer hat denn da blockiert? Jungs, was soll der Scheiß? Was? Wo kriegt man diese verkackten geilen... Granat? Nein, äh... Kontaktgranate? Was ist das? Äh... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das wird reichen. Man kann nie zu viel Munition haben. Alter, mit zwei Randoms. ZWEI Randoms. Bei dem ersten Mal bis Level 18 kommen. Ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Ich habe das letzte Mal die letzte Map mit einem Kumpel gezockt. Es ist gar nicht mal so einfach, wenn du jemandem zum ersten Mal einen Zombie zeigst. Der hat mir gar keine Ahnung. Ich so behergte, das ist es eingefroren. Ich lege dir! Wolle dich, du bist! Okay. Ich bin sehr, sprich. Ich bin sehr, deiner! Ich bin sehr, das ist es so. Ich bin sehr, das ist ein! Oh, wie immer! Du bist noch dran! Ich bin sehr, das ist ein... Ey, wurzeln, wir kriegen mal die Granaten her. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Alter, wie das Auto mich immer wegzieht, habt ihr das schon wieder gesehen? Ich muss das unbedingt ausstellen Hilfe! Boah Aaaaaah Oh, das war's, glaube ich. Oh, das war's. Oh, das war's. Ich stehe wieder. Oh Gott. Oh, das war's. Oh, shit, Alter. Wir haben's geschafft. Was soll das hier los? Sie brachten ihn in deine Einrichtung, löschend sein Gedächtnis. Zwei Worte. Wie geht's? Wo bist du, Junge? Wir haben's gepackt. Okay, let's go. Kam um, Kam um, Kam um, Kam um, Kam um! Alter Nein Nein Mann Alter Dieser Vegeta Respekt Richtig Respekt Der hat es richtig drauf Gut Leute Wir haben auf jeden Fall Immerhin einmal gegen Oz gekämpft Und gewonnen Das ist doch ganz nice Und für die erste Runde war das glaube ich Ganz in Ordnung So weißt du Gut Leute Das war's Wie gesagt Ich habe ja am Anfang des Videos Oder Das wird nicht Ein 50 Minuten Video Macht auf jeden Fall zwei draus Habe ich ja gesagt Was zu tun ist Wenn ihr mehr sehen wollt Ansonsten habt ihr jetzt Einen kleinen Einblick bekommen Und ja Das war's Haut rein Und wir hören uns dann spätestens bei der Black Ops 3 Beta Haut rein Wie gesagt Tschüss Ich bin